Ja, wie schon einige von euch mitbekommen haben im Stream, habe ich jetzt einen 1.19 Survival Community Server, wo wir gemeinsam spielen können und einfach so ähnlich wie Craft Attack, einfach Survival spielen können miteinander. Also wer keine Lust auf WP hat, kann einfach hier gerne mit 1.19 auf hitsdermax.de joinen, einen Community Server, wo wir gemeinsam spielen im Stream und so weiter. Ja, wie gesagt, man spawnt hier auf dem wunderbaren Server in dieser Lobby und kann sich dann hier entscheiden, wo man reingehen will. Wir gehen einfach mal in den Survival Server rein, dann spawnen wir am Spawn Point. Wie gesagt, die Regeln stehen hier und falls ihr andere Regeln sehen wollt, stehen alle im Discord. Das kann, wie gesagt, jeder mitspielen, der Lust hat auf ein Survival Projekt und hier kann man dann einfach, wie gesagt, weg vom Spawn Point gehen und irgendwie alles abbauen und sich halt dann frei austoben. Ja, wie gesagt, hier stehen die Regeln, willkommen auf unserem Survival Server, bitte beachte, keine Cheats, Clients, keine Beleidigungen, Spam geht immer, also keine Hardcore Beleidigungen, nicht Griefen, Schulden geht aber fit ohne großen Schäden und so weiter. Ja, also wenn ihr Lust habt, schaut gerne auf diesen wunderbaren Server, jetzt der Max.de und schaut natürlich auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei, weil ich das hier meistens streamen werde, wenn wir hier gemeinsam was craften und spielen, alle gemeinsam. Schaut natürlich auch gerne auf meinem Discord, da gibt es dann nämlich täglich Informationen zu diesen Server und Updates oder Bugs, die wir fixen und so weiter. Ja, und dieses Video wird gerade aufgenommen mit nach meinem Internet-Ausfall im Stream. Wie gesagt, ein bisschen Internet-Problem bei mir, absolut schade, aber egal, holen wir alles nachher im Stream, ne? Ja, das war mit dem kleinen kurzen Server-Vorstellungs-Video, dann bis zum nächsten Mal und danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal.